Man könnte immer sagen, das seien natürliche Formationen, aber natürliche Formationen bilden keine solchen Irisse, Muster, Einkerbungen, sondern würden ganz andere Strukturen schaffen, das Runden und Welligen und keine parallelen Schlitze. Vielleicht sind das erodierte Blöcke, aber das geht schon ein paar Kilometer lang hier, auch mit Stufen, alles flach, geschrubbert. Vielen Dank.